Am Anfang dachten wir, es ist vorübergehend. Die geschlossenen Schulen, die leeren Supermärkte, die Kontrollen, die Angst. Die Konzerte ohne Publikum. Ich habe mich daran gewöhnt, zu vergessen, wie es früher war. Habe ich mich daran gewöhnt? Gehörte Ihnen? Natürlich weiß ich, dass das scheißgefährlich war, aber das hat doch nichts geändert. Ich habe seit einer Ewigkeit immer mehr angefangen. Ein Konzert vor Publikum? Du spinnst. Jemand hat ein Konzert veranstaltet. Wieso macht ihr das für uns? Weil wir es können. Ohne dich würde ich jetzt allein im Sendesoll stehen. Wir können das nicht abbrechen. Draußen sind 300 Leute in einem Raum. Wir spielen jetzt. Und was heute Abend hier passiert, ist einfach. Ich weiß, es ist scheiße. Ich weiß, es nervt, aber es ist wenigstens sicher. Ich will so nicht leben. Zieh doch auf, Mädchen. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020